Thomas Rung ist ein deutscher Serienkiller, der sieben Menschen tötete, darunter seinen Stiefbruder. Geboren am 3. Januar 1961 in West-Berlin. Er geriet als Jugendlicher schon oft mit dem Gesetz in Konflikt und tötete mit 22 Jahren sein erstes Opfer, seine damalige 77 Jahre alte Vermieterin. Seine Opfer waren zwischen 22 und 88 Jahre alt. Einige von ihnen vergewaltigte er. Erst nach dem Mord an der Freundin seiner Lebensgefährtin kam die Polizei auf seine Schliche und verhaftete ihn. Er wurde zu einer zweifachen lebenslangen Feiertstrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Nachdem er während seiner Inhaftierung mehrere Mitgefangene lebensgefährlich verletzte, bekam er eine zweite Sicherheitsverwahrung. Er sitzt heute in der Justizvollzugsanstalt Zelle.